Sie hören Millennium Kingdom, der Bastard, Band 3, von Toni Güllow, aus dem Dänischen von Justus Karl und Frank Zuber, gelesen von Wolfgang Wagner, ein Hörbuch des Argon Verlags. Prolog Ich bin Ulf. Gorm der Mächtige, König der Könige, der die Einigung Dänemarks einleitete, gab mir den Namen Palnatoki, nach meinem Vater, der noch vor meiner Geburt starb. Er gab mir Gammelburg im Südosten Fönens und befahl mir, meinen Teil des Reiches zu einen. Seine Großzügigkeit war jedoch nicht ohne Hintergedanken. Und Harald Gormsson, der kleine Pisser, hat diesen Hintergedanken in die Tat umgesetzt. Möge er ruhelos in Nostründ wandeln und alle Schlangen Helheims sich in seinem Bart einnisten. Mein Schreibermönch Edmund der Einfältige bekreuzigt sich jedes Mal, wenn ich den König verfluche, der dem Volk der Dänen so viel Glück und Unglück gebracht hat. Am meisten ärgert mich der erzwungene Übergang von den wahren Göttern zu dem Schwächling am Kreuz. Allein diese Handbewegung mit zwei Fingern vom Kinn abwärts über die Brust und danach von Schulter zu Schulter reizt mich so, dass ich diesen Eiferen meist eine Tracht Prügel verpasse oder sie noch lieber beseitige, wenn sich die Chance bietet. Doch Edmund der Einfältige ist ein tüchtiger Skalde, der es versteht, die Worte so glatt zu schmieden, dass ich ihn mit Prügeln verschone, obwohl er es verdient hätte. Besonders, wenn er behauptet, König Harald, der kleine Pisser, habe die Dänen vor den Qualen der Hölle und der eisernen Faust Ottos des Großen bewahrt. Mit Letzterem hat er vielleicht sogar recht, obgleich ich den König von Sachsen und Ostfranken lieber Otto den Roten nenne. Mit Ersteren aber auf keinen Fall. Ich befürchte, dass mein Volk, meine Kriegsbrüder, Freunde und Kampfgenossen, jene Härte verliert, die uns unbesiegbar macht. So weit könnte es kommen, wenn wir nicht mehr hören, was Odin und Thor uns auf dem Wahlplatz in die Ohren flüstern. Allein der Gedanke führt meine Hand an den Schwertschaft, obwohl die besten Jahre längst hinter mir liegen. Meine Feinde fürchteten meine Kraft und Schnelligkeit, meine Freunde bejubelten sie. Ich habe mein Leben lang gekämpft, getötet, geplündert, gesoffen und gefögelt, auch wenn ich als unwürdiger Schiffssklave aufgewachsen bin. Auf einem kleinen, elenden Schiff namens Halformen war ich an die Ruderbank gekettet, Seite an Seite mit Ümer, der so riesig ist, wie sein Name besagt, und stinkt wie zehn Riesen. Ümer brachte mir eine Menge über die Sitten und Unsitten der Dänen bei. Denn ich war in Kumra-Land an der Nordwestküste Britanniens aufgewachsen, im Glauben, dem Volk der Kimru anzugehören, was zum Glück nicht stimmte. Dass meine Mutter gebürtige Dänen war, wusste ich schon damals. Meine wirkliche Herkunft erfuhr ich jedoch erst, nachdem Tante Hildis, möge es ihr bei Freya in Volkwang wohl ergehen, mich auf dem Sklavenmarkt von Haithabu freigekauft hatte. Hildis hat meine freche Zunge gezügelt, mich zu einer Schwertmann in die Leere geschickt und somit mein erbärmliches Leben gerettet. Ohne sie und einer säße ich heute nicht mit aschgrauem Haar und faulen Zähnen am Langfeuer, was mir im Übrigen nicht immer gefällt. Harald Blauzahn mag behaupten, er habe ganz Dänemark und Norwegen christianisiert, aber nicht mich und auch nicht seinen unehrlichen Sohn Sven, den ich wie mein eigenes Kind aufgezogen habe. Sven und ich ehren weiterhin Odin, Thor, Freya und die anderen Götter Asgardz und schwören ihnen Treue. Und ich freue mich, meine Freunde und Kampfgenossen eines Tages in Valhall wiederzusehen, wenn Odins träge gewordenen Walküren mich aus Midgard abholen. Deshalb trage ich immer mein Schwert am Gürtel oder am Rücken, denn ich will es in der Hand halten, wenn ich meine letzten Seufzer ausstoße. Es soll ihnen zeigen, dass ich ein Krieger bin und einen Platz in Odins Festhalle verdiene. Nun bin ich ein alter Mann und habe die meisten überlebt, womit ich nie gerechnet hätte. Besonders nicht, wenn ich an die Jahre zurückdenke, in denen ich Gorm dem Mächtigen blind gefolgt bin.